Was wirklich hinter dem Projekt Seuche steckt, ist noch unklar. Vor seiner Gefangennahme konnte der Informant Brauer nicht aufdecken, was es war. Er hatte aber eine Spur. Ein Versorgungsdepot in Siva, das Walen aufsuchte. Wir wissen nicht, ob er dort sein wird, aber dieser Mann liebt es, alles ganz präzise zu haben. Walen wird jedes kleinste Detail geplant, disponiert und aufgeschrieben haben. Ich muss es nur finden. Brauer war sehr nützlich. Er hat mir die Standorte von Walens Büro und die der deutschen Lagerhäuser genannt. In der Stadt gibt es außerdem ein paar gute Stellen für Heckenschützen und einen alten Schmugglerstieg. Am Boden wird es nicht leicht, aber irgendwo in dieser Stadt werde ich finden, was wir suchen. So, nun sind wir in Siva. Ich habe diesmal das Gewehr 43 mitgenommen, haben wir in der letzten Mission einmal freigeschalten. So, jetzt ist die Frage, wie gehen wir hier am besten vor? Ich habe hier ein Ziel. Und das Flugzeug öfters wäre natürlich von Vorteil. In den Feldern sind die auch schon. Hier zum Beispiel einer. Aber hier hat man mit dem, mit den ganzen Gräse und so eigentlich eine relativ gute Deckung. Guck mal so ein bisschen links, rechts. Dann sehe ich mal nichts. So, hier haben wir noch einen. Okay, machen wir das einmal so. Der sieht es natürlich, aber der kommt gleich hierher und wird auch abgeballert. Ja, wir schauen noch ein bisschen weit weg, fahr die Knarre. So, na jetzt kommt er gerade raus. Hat ein Steinchen schmeißen. So, auch mal geil. Er zielt nach links. So, ich weiß nicht, die kann ich eigentlich mal liegen lassen hier auf dem Feld. Das wird, denke ich mal, nicht so groß weiter passieren. Okay. Doch, noch einer. Aber wenn der vielleicht so ein bisschen allein ist. Oh, na super. Habe ich jetzt zweimal daneben geschossen? So, wir sind doch noch ein paar mehr. Mal hier wegschleichen. So, ja, wo ist hin dritten? Eigentlich hätte ich auch hier noch meine Mine hin tun können. Wenn er hier ist, finden wir ihn. So, da drüben haben wir noch einen irgendwo. Weiter, ich gebe euch hin. Ich werde verschwunden, aber. Ey, dass ich den wirklich daneben geschossen habe. Dass irgendein Flugzeug wieder kommt. Er ist in der Nähe, ich spüre es. So, hier kommt noch einer. Der Schütze muss hier irgendwo sein. Ja, der kommt aber schon ein bisschen nah. Ich kann ihn nicht sehen. Weiter oben. So, jetzt laufen sie weg. Dann kommt das Flugzeug wieder. Ja, das sieht er schon jetzt. So, einmal den da. Gucken, ob sie den sehen. Gestürzt. Schon durchs Genick durch. So, hat keiner mitbekommen. Können wir eigentlich auch mal so machen. Können dann wieder den Standort wechseln. Auch wieder hier. Durchs Genick, ey. Mal am Hals. In der Nähe. So, wieder schön Position wechseln. Hier sehen wir den gut. Den Kollegen. Ich glaube, mehr sind es auch gar nicht. Wir sind schon hier ja knapp mehr rumrennen. Irgendeine Spur vor dem Schützen. So, ich bin ganz nah bei dir. So, lauf doch mal. Ja, jetzt kommt das Geräusch. Gott, Teufel steckt der! So, interessiert ihn gar nicht. Ein guter Ort, meine Schüsse zu verbergen. So, hier haben wir ja noch so einen Generator oder so. Warte mal auf den. War das noch wegen dem Stein oder? Kann der auch mal... Ja, ich glaube, der hat Zuckungen. So, jetzt ist die Frage, ob wir den Generator jetzt überhaupt brauchen. Wir sind ja nicht irgendwo nach oben. So ein bisschen Überblick. Oh, die sind natürlich auch geil. Wir haben Granate und Minen. Wow! Habe ich das gerade richtig gesehen? Ein Fenster drin. Warte, welches war's? Bin ich jetzt blöd gewesen? Ich habe gedacht, da funkelt es so von einem Fernglas. Aber scheint, glaube ich, nicht so. Ich habe schon gedacht, irgendwie ein Grafikfehler oder so. So, da drüben ist keiner. Da läuft noch einer. Weiß nicht, ob hier vielleicht noch einer ist. So, jetzt mal den da vorne wohl. So, hier schön im Liegen. Der sieht das auch gar nicht. Dann können wir den auch so abballern. Probier's mal. So, hat doch gar keiner mitbekommen. Das heißt, in der Nähe sind auch groß gar keine Gegner. Oh, okay, doch. Sind die alles auf dem Turm, oder? Wo sind denn die da? Oh, Alter, da kommt der Rad. Ach da! Da ist er! Das war jetzt nicht gut. Kann ich nicht irgendwie wegrennen? Ah, okay. Da war die blöde Flak noch. Gar nicht gut. So. Oh, nur einer. So, Moment. Den kriege ich auch noch. Mit dem letzten Schuss. Alter, das habe ich jetzt gar nicht gewusst, dass da oben eine Flak ist. Oh, Alter, warum schießt der nicht? Ich gebe euch Deckung! Ich habe gerade gedacht. Der ist schon voll abgedrückt. So, zerstöre die Flak. Okay. Ich habe gar nicht mal so schlecht. So, hier haben wir so Kugeln. Vielleicht würde ich zuerst mal hier meine Dinge, ja mal, meinen Standort wechseln. Einmal erfolgreich. Alter, hier mit Panzerfaust. So, erfolgreich gewechselt. So, wie machen wir das jetzt hier? Schießen wir einmal auf das Ding, oder? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt reicht. Auf einmal, ob ich selber draufgehe. Von hier komme ich aber auch nicht mehr ran. Von hinten. Ach, komm, Bon. Egal. Wir... Ich würde sagen, wir haben gar keinen Dynamit da. Einmal hier. Legen wir es mal hin. Bestens schon hier, dass es hier in die Luft geht mit der Munition. So, wie funzt eigentlich Dynamit? Ich meine, kann ich nur draufschießen, oder? Mittel-Scharfschützengewehr ferngezündet werden. Ja, aber ich will ja keinen Schuss erzeugen. Deshalb legen wir das noch hin. Einen schönen Timer. Dann kommen die wohl von der Seite alle. Also, die kommen wohl hier raus wohl. Boah, 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 Moment. Wenn die hier rauskommen, legen wir mal hier eine hin. Ach, und wir können hier rein eigentlich. Wir können uns mal kurz hier verstecken. So, was haben wir hier? Eine Tasche, oder? Ist das ein Verbandskaschen, oder? Nur ein Verband. Ich hoffe, wir haben einen Verband. Autsch! Alter! Warum tat mir das jetzt weh? Okay. Jetzt kommen wir auch hier, ähm... Oh, jetzt hab ich einen verdammten... Ah, blöd. Weißt du, was dann hier ein Verband eben braucht? Ich kann das aber noch nicht aufnehmen. Doch, jetzt einmal. So, was haben wir denn hier oben? Hm? So, einmal da. Alter, nein! Alter! Ich hab auch schon in seinem Kopf geschossen und der lebt noch. Der ist total verrückt. So, wie weit geht's hier noch oben? Ne, hier bin ich am Ende. Das heißt, einmal... Eigentlich hatte ich da doch noch eine Minie dran. Ist ja in der vorbeigelaufen, oder so. So, ich setz mal hier eine hin. Und geh weiter nach oben. So, wir haben jetzt sogar einen Scharfschützen-Nest. So, wir müssen auch nicht hier... ...das getreten machen. Nicht, dass... ...die mich irgendwie erkennen oder entdecken. So, wir müssen gleich die zweite Flak. Ach, da drüben. Einmal hier. Okay, die Suchen sind jetzt nicht mal im Angriff. Warum schießt das Ding, obwohl da keine Leute da sind? Alter! Hallgenau! Wie haben die mich jetzt gesehen? Und warum werfen die einfach so blind Granaten hin? Was geht bei denen ab?